Es kann einen aber rausschnipseln, das ist gut. So, der Traktor ist am versauschen. Gehen wir. Gut. Eins, zwei, drei. Das ist immer noch ein Poppast. Sie kommen ja schon nach hinten vorbei, noch nicht? Von links, bitte. Oder wieder von rechts? Ja, dann auch. Das ist irgendwie. Wie? Siehst du nicht? Siehst mich sowieso nicht. Ich habe es verloren. Nein. Ich kann nicht viel rumfahren. So, jetzt. Ich bin nicht sicher. Die Leistung ist nicht. Ich kann das nicht sagen, ob ich drauf bin. Ich gehe mal mit einem Skate-Troller. Danke, danke. Ich brauche die Skate-Trolle. Dann kommen wir zum Interaktion. In der Hand zu vieren. Jetzt machen wir die Skate-Trolle. Das ist egal, ob es land ist, wenn wir noch einmal nachdenken. Was? Ja. Das ist die Aufregung. Darum ist es eine Kopflastung. Darum ist es eine Kopflastung. Ich muss jetzt auch einen Fahrtflitz runterbringen. Aber es ist gut. Ich habe das gesehen. Wunderbar. Der Leistungsmeisser ist natürlich am Link. Das ist immer schön. Ja, ist gut. Das ist gut. Was ist das? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.